Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! Es ist Steuerkabine, es ist ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nie mehr raus! Da! Sie ist offen! Nein, doch! Los, ich bin direkt hinter dir! Durch! Okay, aber hier geht's definitiv nicht durch. Okay... Oder doch? Doch! Ja, dann muss ich bloß rollen. Ah, okay. Jo, ich bin spät. Und Noob. Versuchen wir das nochmal. Guck mal, ich roll mich jetzt gleich hier durch. Hör auf zu frecken! Ja, okay. Oh, hör auf zu brennen. Ja, ich sch... Meine Fresse, ey. Ich hab mich nicht mal mehr heilen können. Ist das erste Mal, dass wir rollen müssen? Glaub ich. So ziemlich, ne? Ja... Das geht bestimmt anders. Du bist ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nie mehr raus! Da! Sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Ja, ist gut! Meine... Was machst du denn? Lauf doch einfach außen rum! Ich will ja! Meine Fresse, ey! Asyllevel! Einfach schlecht gemachtes Level! Hey! Der hat die Tür zugesperrt! Der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem! Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nie mehr raus! Da! Sie ist offen! Los! Ich bin direkt hinter dir! Ah! Licht ist immer da aufmachen! Depp! Ah! Ah Gott! Okay! Anscheinend kommt wirklich immer nur einer raus! Jesus! Du bist ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem! Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nie mehr raus! Ja! Sie ist offen! Los! Ich bin direkt hinter dir! Ja! Perfekt! Ja, die kann drin versauern! Wir kommen zu der Tür! Ha! Wir müssen diese Tür schließen! Ali! Komm schon! Ali! Das geht nicht! Das bewegt dich zu schnell! Isaac! Tu es bitte! Tu es einfach! Isaac! Nein! Das geht natürlich auch! Where the fuck ist das jetzt? Warum bist du die trulyigiよねe? Nee du bist das nie! Du bist statt yourami唱ame! Ihr spürt! Gros dictionary, da ist es bei mir dynamische. Bei mir auch! Ben, mach stolz, der Reifen! Das ist nun doppelt! Dann müssen wir uns halt gleich ganz an die äußerste Seite der Tür drängen. Beide. So. Ja, ich muss einfach zumachen. Ach so, du kannst sie zumachen direkt. Ja. Alli, komm schon! Alli! Das geht nicht! Das bewegt sich zu schnell! Isaac, tu es bitte! Tu es einfach! Isaac! Ich liebe dich! Ich drück ja schon. Isaac! Nein. Hey! Nein. 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 Es strömt weiter Gas aus! Wir müssen weg! Jetzt! Ich habe nur sie... Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden. Für sie! Verstanden? Verstanden! Ja. Dann los jetzt! Isaac, jetzt! Isaac! Jetzt strömt hier überall Gas aus. Oh, okay. Ich habe sie zurückgelassen. Halli. Isaac! Hey! Reißen Sie sich zusammen! Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp! Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten! Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Fanden! Okay! Und wie finden wir ihn? Der Eingang könnte überall sein! Santos! Sie sagte, die Maschine sei direkt unter dieser Einrichtung. Wir holen unsere Ortungssender auf diesen Punkt, dann kommen wir zu Danik. Lass Sie B drücken? Mhm. Weil Isaac meint, ey, wie finden wir ihn? B drücken! Achso, ja, alles andere. Ja, zu ihm. Easy. Hi! Ich sehe jetzt ja nicht, worauf du schießt, aber es wird schon monatlich sein. Ich auch nicht, ich sehe bloß Lacer. Ui da, der hat mich ja ganz schön weggezogen, der Bazi da. Hey, darf nicht wer gedefreezt? Soll ich die Helden kommen? Ne, geht schon. Wir haben nur nervige Kühe. Ach, wir hatten die Klärwände verwenden können. Hm, egal. Kühe. Glärwände. Oh! Punktlandung! Warte mal, da hinten ist ein Aufzug. Na ja. Jo. Gut. Gut, gut, gut. Na ja, sehr langsam fahren, Aufzug. Hm. Da lang, da lang. Gut. Oh, es brennt. Feuer ist immer gut. Da ist der. Da ist der. Oh, einfach. Hey. Hey, Lamander. das in den näheren dann ist wo es sind das kann nicht das sind es bereiten Mh. Übersetzen macht so teuer. Mh. Allgemein auch die Synchronisierung. Die ist halbwegs okay eigentlich. Dann machen wir das im Fazit am Ende. Ei! Ja. Glitzerviecher, ey. Glitzerviech! Glitzerviech! Ah! Nö, schnein die Kerle! Was versagt, Feldzeug? Oh, der fliegt! Los, fahre Verstärkung an! Dem Racked Horse! Dear Lord! Ja, wenn wir diese Bolzeln-Gewehr da benutzen. Wie dockt man sich nochmal? Ich hab's grad gesehen bei dir. X. Ah, okay. Gut. Also kann die noch ein bisschen die gebraucht hat. Bäm! 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 Hier. Ah, ja. Oh! Äh, ja. Wir sollten vielleicht erstmal... Ah, du musst mir helfen! Digger! Achso, ja. Ja. Äh, ja. Da. Sie müssen mir helfen! Ja, jetzt bist du dran. Was? Habt ihr auch mal kidnapped? Weg! Weg! Gut! Alter! Jetzt kommen Schlitzer! Pisst euch! Nein! Böse Schlitzer! Ganz böse! Ich hab keine Stase mehr. Äh, ich weiß nicht, wenn ich so keine Stase auflöst. Wir haben Stase Packs, das... Gar nicht, glaub ich. Doch. Macht's automatisch. Echt? Ah. Ja, Tatsache. Boah. Tatsache. Naja. Äh, wo bin ich da? ... So kompliziert! Ja! Ach, da ist die Tür. Okay. Ja, die andere sah irgendwie mehr nach Tür aus. Hab ja auch so meine Standards bei Türen. Was da unterliegt. Ach Gott. Was denn? Hoffentlich ist hier eine Bench. Ei. Lappen. Wir sind zu spät. Nein. Verdammt. Es muss einen anderen Weg nach unten gehen. Das ist gerade... Dieser Schacht muss kilometertief sein. Die Kabel spulen. Das ist unser Weg nach unten. Sie haben wohl den Verstand verloren. Wir verlieren alles, wenn wir uns nicht bewegen. Ja, schreien. Ja, erstmal. Sucher Bob. Haben wir Zeit. Eben. Ich komme noch Wolfram. Warum? Keine Ahnung. Wer will es haben? Ja, ich wollte nicht die Quest. Danke. Das sind viele Tiere. Ein Medifekt. Nope. So. Das? Wieso hab ich so nicht so madgeal? Wow. Ich hab davon 3000 übel oder so Hatte ich eigentlich auch, meine ich Wenn das Zeug herkommt Aber jetzt hab ich nur noch 6 Oh man Also irgendwie, naja Brauchst du noch Packs, oder? Ich hab genug Packs, nö Einen üblichen 3 und 7 Dann, auf geht's Yay, die ist mal abwärts Sie wissen schon, dass Sie irre sind, oder? Kommen Sie! Ja, Sie wissen es Ja, er weiß es Normal, oder? Ah, bring her rüber, du sauer Einfach springen Yes Ach, es lebt noch Lagerung wird kalibriert, bitte warten Transport wird in Kürze fortgesetzt Alle zurücktreten Tätigkeiten werden wieder aufgenommen Tun ganz schön weh, diese Mist Der hat ne böse KI-Stimme Boah, Alter, jetzt kommen da nochmal 5000 Ja, die, die wir wirklich Die können Aufpassen, sie tun scheiße weh Ich seh's So, wir sind fertig. Kommt was. Ah, ich glaube schon. Ist da noch was? Nur loot. Oh jo. Gut. Zu freundlich. Red is first. Jo. Nein, komm. Aber das ist ein Leben. Also. Ich bin der Fall. So. Also, noch einmal. Yay! Hey! Ihr seid mir so egal, so egal. Ich mein, du könntest einfach die exklusiven Ladung abschließen, weißt du? Ja, na. Macht vielleicht ein bisschen was mehr Spaß, damit es kracht gut. Na komm, spring! Oh, cool ist das schon, so unterm Fliegen Holzen runterzuschießen. Die Gegner. Ja. Na ja, glaubst du auch nur so. Lug dich! Eigentlich mein ich nicht dich, sondern mein Charakter, aber egal. Ja. Weg ist er. War's das? Das war's, ja. Schön! Mal hacken. Sicherheitsschutz. Hecky, 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 hecky. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Hoppala. Er stimmt, ich hätte hochrein müssen, ja, ja. Versuchen wir's ganz normal. Fertig. Sehr schön. So, Tür auf. Tür auf. Wie es sich gehört. Turn it off. Warum schreiben die Aliens eigentlich Englisch? Keine Ahnung. Oder, ne, das ist ja immer noch... ...forscht. Wir dachten, das wäre die Antwort. Aber wir wurden getäuscht. Der Mond ist die Quelle des Signals. Es ist Wahnsinn. Mach uns vollkommen abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir... ...waren dumm genug, sie zu befolgen. Ah, ja. Genau. So. Ja, nein. Der Elite-Anzug wurde freigeschalten. Das gleich mal ausprobieren hier. Ja, möchte ich. Naja. Vielleicht noch ein bisschen was somatisches gehen. Nein, nur noch nur 6. Wow. Hm. So. Hm. Kann man sehen lassen. Ja, dieses... ...Splinter Cell Visier. Mit den 3 Augen. Ja. ...Rig Meister. Yes, mein Anzug 100% abgegradet. Gut. Ja, 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 ja. Hm. Front-Kampf-Manzung, der Finn und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ja. Und dann. Hm. Alles schön und gut, aber das glaube ich eh nur Ästhetik. Hm. Klar. Wie seh ich aus. Genauso wie ich. Mal. Abwechslung. Ist noch irgendwas von Interesse? Ja. Ja, ich hab auch alles, ne. Jo. Sieht ganz danach aus. Jo. Ne, ich hab nur 2 Augen. Ja. Ja, irgendwo muss ja ein Unterschied da sein. Ja, irgendwo muss ja ein Unterschied da sein. Jo. Schrei hier. Hm. Binden. Ja, 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 ja. Ja. Ah, Melbeck. Sehr schön. Ja, ich drück doch. Mhm. Haha, oh doch. Verdammt! Ihr lebt immer noch! Und Team! Es ist eure Nerven! Wir sehen ihn! Oh, hier stecken Marker an der Wand. Typisch. Irgendwas! Los! Los! Er ist an der Wand über! Der ist gar nicht die Spinne, die Cyan das Untergriff gegeben hat! Und vorbei! Okay, das kann natürlich auch! Ich kann Bock auf diesen Typen! Und wie werden wir jetzt das Ding da besiegen? Ich weiße 2 Vielleicht gar nicht Ah doch, das geht schon Ich meine, ja, das andere ist auch tot Ach, draufballern Ach, draufballern Ja, das andere ist auch tot Ja, das andere ist auch tot Ach, draufballern Ach, draufballern Rackdolls 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 Rackdolls? Wo? Rackdolls Ja, dieses Binnenfeeder Jo Jo Ja Schleif den Kram vor dir Aber ja, Rackdolls Das ist indeed Ein Speergewehr Was? Speerstandardrahmen Ja, gut, hab ich schon ein paar von Hm Zu Um Auf A A A A Untertitelung des ZDF, 2020